Ja, also Adlauer ist ein Unternehmen, das sich seit über 40 Jahren mit Fotografie beschäftigt. Zum einen die zweite wesentliche Säule heute ist die Telekommunikation, also Handy und generell Multimediatechnik, also Tablets, Notebooks etc. Dritte wesentliche Bereich im Unternehmen ist die Augenoptik. Wir sind größter Optiker Österreichs und ein relativ junger Bereich. Seit elf Jahren haben wir Hörgeräte im Programm. Wir haben unsere Warnwirtschaft bereits seit fast 30 Jahren im Einsatz. Das heißt, es ist ein sehr langer Zeitraum und es war einfach an der Zeit, wirklich die neueste und beste Warnwirtschaftslösung zu kaufen, damit auch wirklich von dieser Seite her im Unternehmen alles möglich ist. Grundsätzlich sind wir immer auf dem neuesten Stand. Bei der Warnwirtschaft haben wir deshalb sehr lange gewartet, weil wir eigentlich sehr zufrieden waren mit der Lösung, die wir vor fast 30 Jahren bei der Firma, damals noch Systema, aber beim Herrn Födermeyer und beim Herrn Wilding gekauft haben. Ja, die Zusammenarbeit mit der Firma FWI war schon immer eine sehr persönliche, für mich persönlich auch sehr wichtig. Ich möchte die Menschen auch spüren in einem Unternehmen und möchte nicht nur ein nacktes Produkt kaufen. Gerade bei so einer großen Entscheidung ist es wichtig, dass auch die menschliche Ebene stimmt. Und diese Ebene stimmt sowohl bei den kaufmännischen Verantwortlichen, die das Produkt an uns verkauft haben, als auch bei den Programmierern und Beratern, die uns jetzt im Prozess der Umstellung begleiten. Mir macht es Spaß und ich freue mich auf Adobe Warnwirtschaft Bertler.